Vier Jahre vor Release The Last of Us 2 wird das beste Spiel aller Zeiten! Zwei Jahre vor Release Es wird das allerbeste, beste Spiel aller Zeiten! Zwei Wochen vor Release, nachdem die ersten Tests online sind Es ist das beste Spiel aller Zeiten! Am Tag des Release Naja, The Last of Us Part 2 ist das schlechte Spiel aller Zeiten, ich hab nie was anderes gesagt, ich fand das dann immer schlecht. Tja, so ging es doch einigen Spiel an und die Bestürzung über Naughty Dogs neueste Spiel wird wohl noch einige Zeit im Raum sein. Auch wenn ich der doch sehr negativen Meinung nicht ganz zustimmen kann, muss ich doch sagen, dass ich von dem Spiel leicht enttäuscht bin, da es mit einigen Charakteren nicht ganz so respektvoll umgehen will. Ist es deswegen ein schlechtes Spiel oder sogar das schlechteste aller Zeiten? Nein, bei weitem nicht, es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Doch laut Metakritik und vielen Fans ist dies anders. Doch wieso ist dies eigentlich so? Dafür gibt es wohl mehrere Gründe. Einer ist dieser hier. Genau, dich. Ich hasse dich und ich glaube jeder andere Spieler auch. Doch um den anderen soll es heute gehen. Und zwar Hype. Wir reden heute darüber, wieso dieser so wichtig ist in der Spielindustrie und wieso schon einige weitere Spiele dadurch untergegangen sind. Bevor wir aber mit dem Video starten, nochmal der kleine Hinweis. Wenn euch dieses Video gefällt, schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es weitere Themenvideos wie dieses Top Ten und Let's Plays zu diversen Themen wie Videospiele oder Animes. Also lasst doch gerne ein Abonnement da und folgt mir auch auf Twitter unter AtmcMafix, um als erstes etwas zu neuen Videos zu erfahren. Hype ist im Endeffekt das Ergebnis aus einer guten Promotion und Vorarbeit. Dadurch werden Personen dazu getrieben, sich schon im Vorhinein auf ein Produkt zu freuen, ohne zu wissen, wie das fertige Produkt eigentlich aussieht. Wenn man beispielsweise einen super Trailer sieht und dieser einem so gefällt, dass man sich für den Titel interessiert oder diesen sogar vorbestellt, hat die Werbung funktioniert und die Person ist gehypt. Diese Art der Vorfreude ist etwas, was im Laufe der Jahre immer mehr in der Spieleindustrie zugenommen hat. Trailer werden immer aufwendiger gestaltet und von Fans gefeiert. Es gibt diverse Vorbestellaktionen und Fans verbreiten schon vor Release die Botschaft, dass das Produkt gut sei. Das ist ganz normal und wenn man sich anschaut, wie Vorbestellungen teilweise explodieren, ist es auch verständlich, wie wichtig Hype ist. Auch ein Großteil der Absätze werden in den ersten Wochen abgesetzt, weshalb dieser Hype besonders am Anfang des Releases wichtig ist. Beispielweise Final Fantasy 15 hat sich respektabel 9 Millionen Mal bis Ende 2019 verkauft und davon satte 5 Millionen Mal am ersten Tag. Wenn man nun mal davon ausgeht, dass der Großteil davon Vorbestellung war, bedeutet das, dass mir jetzt die Hälfte der Käufe nur durch diese entstanden sind. Und wieso? Weil Final Fantasy 15 uns nach dem enttäuschenden Teil 13... Entschuldigung, immer wenn ich das ausspreche, dann muss ich immer ein bisschen erwürgen. ...wieder ein gutes Rollenspiel bieten sollte. Und was kam raus? Ein solider, aber für viele maximal mittelmäßiger Spaß, was hinter den Erwartungen zurückblieb. Und damit kommen wir gleich mal zu dem zentralen Problem. Was wir erwarten und was wir bekommen. Bleiben wir bei Final Fantasy 15. Da das Franchise ein Musterbeispiel für hohe Erwartungen sind, die nicht erfüllt werden. 13 sollte damals der große Schritt auf die PS3 sein und mit einer neu geschaffenen Mythologie ein Franchise im Franchise aufbauen. Das ist so traurig, wenn man sich überlegt, was da rausgekommen ist. Das Spiel kam mit der Erwartung, dass das Japano-Rollenspiel wieder groß macht und der Beginn einer neuen Ära ist, wie es damals schon 1, 6 und 7 waren. Rausgekommen ist der wohl am meisten gehasstete Teil der Serie. Ja, sogar mehr als 2 und ich meine, da hat man sich gegenseitig verkloppt. Ist es aber nun wirklich so schlecht? Naja, in einigen Punkten wirklich. Und wenn ich mir Hope und Vanille anschaue, dann muss ich wirklich brechen. Aber ich sag jetzt mal, im Endeffekt, wenn man es objektiv betrachtet, von Grafik, Gameplay, wie man es auch immer empfindet am Ende, ist es ein solides, wenn auch nicht allzu gutes Spiel. Aber wenn ich mit der Erwartung eines Top-Titles rangehe und nur ein gutes Spiel oder ein passables bekomme, reicht dies einfach nicht aus. Wenn die Erwartungshaltung ein super Spiel erwartet und es nicht mindestens so gut ist, wie ich es erwarte, dann ist es automatisch schlecht für mich, als ein Spiel, an das ich weniger emotional rangehe. Wenn hohe Erwartungen an ein Spiel gerichtet werden, ist es immer schwer, diese zu erfüllen. Klar, es gibt Spiele, die es geschafft haben, den Hype aufzubauen und diese sogar größtenteils erfüllt haben, wie ein GTA 5 oder ein Persona 5. Doch umso mehr wirklich gute Spiele scheitern, einfach weil man nicht Gutes, sondern Großartiges erwartet. Persönlich kann ich hier auch von Mass Effect 3 sprechen. Für mich ist Teil 2 eines meiner All-Time-Favorites, weshalb ich es satte 6 Mal durchgespielt habe. Ich war so euphorischer auf Teil 3 und bekommen habe ich ein mehr als gutes Spiel. Und trotzdem war ich maßlos enttäuscht. Nicht nur das Ende, sondern auch so viele andere Punkte, auf die ich jetzt nicht eingeben will, weil es den Rahmen bei weitem sprengen würde, haben mich einfach enttäuscht. Dabei ist es ein wirklich gutes Spiel und macht viel besser als ein Vorgänger. Aber da meine Erwartungshaltung so groß war, musste ich einfach enttäuscht werden. Auch gute oder sogar sehr gute Spiele können an der Hoffnung der Fans scheitern. Ich möchte jetzt nicht zu pessimistisch klingen, aber schraubt eure Erwartungen mal an Cyberpunk 2077 etwas runter. Wird es super? Sicher! Wird es wirklich alle Erwartungen eines jeden Spielers erfüllen? Wahrscheinlich nicht. Es wird sicher ein exzellentes Spiel. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Aber umso größer der Hype, umso leichter kommt dann eben auch die Enttäuschung. Sollte man deshalb lieber gleich die Erwartungen der Fans nicht allzu sehr anheizen? Belügen uns Videospieleentwickler? Und sollte man sie deswegen hassen? Ganz sicher nicht. Am Ende zählt doch immer nur eins und das sind die Verkaufszahlen. Wollt ihr eine Fortsetzung? Wollt ihr, dass die Helden, mit denen ihr mitgelitten habt, weitermachen? Dass es eine Fortsetzung gibt? Dass wir noch mehr von der Welt sehen? Oder vielleicht noch viele andere Gameplay-Momente haben? Da muss ein Spiel sich halbwegs gut verkaufen. Ansonsten ist diese Hoffnung leider nicht zu erfüllen. Wir haben schon vorher angesprochen, wie wichtig eine gute Promo ist für das Einspielergebnis. Es stimmt natürlich, dass glückliche Fans auch wiederkehrende Fans sind. Aber Fakten sprechen nicht immer dafür. Aliens Colonial Marines ist ein unterdurchschnittliches Spiel, welches sich knappe 1,3 Millionen Mal verkauft hat. Es gab nie eine Fortsetzung und das gilt heute immer noch als Witz. Aber trotzdem, 1,3 Millionen Mal für ein sehr schlechtes Spiel ist nicht schlecht. Genauso oft wie ein Kingdoms of Amalur, welches ein hervorragendes Spiel ist. Langfristig bleibt natürlich ein qualitativ hochwertiges Spiel länger hängen, weshalb Amalur nun auch nach viel zu langer Zeit endlich mal ein Remake bekommt. Und ich drücke auch ganz dick die Traumen dafür, dass wir auch ein Teil 2 erhalten. Aber trotz guter Qualität hat es sich weit unter den Erwartungen von EA verkauft und zur Schließung des Studios geführt. Man sieht, dass durch zu geringe Promo auch ein Scheitern vorbestimmt ist. Um wieder zu Final Fantasy zurückzukommen. Während sich das große Final Fantasy 15 gut verkauft hatte, kam nur einen Monat davor World of Final Fantasy raus, was heute die meisten schon wieder vergessen haben und welches nicht annähernd die Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein dümmeres Release-Fenster konnte man sich ja wohl nicht aussuchen. Es hat sich zwar am Ende mit knapp 1,1 Millionen Verkäufen doch im Endeffekt gut verkauft, aber in Japan, wo sich Final Fantasy eigentlich immer halbwegs gut verkauft hat, sind es insgesamt 200.000 Mal. Grund hierfür ist eine schlechte Planung und die Hype-Maschinerie wurde auf ein anderes Spiel gelegt. Ein fehlender Hype führt zu weniger Aufmerksamkeit und das zu weniger Verkaufszahlen. Beyond Good & Evil oder Okami sind auch Beispiele dafür. Doch was macht man, wenn ein Spiel ansteht und man noch nicht so weit ist, es zu zeigen? Damit kommen wir zur anderen Definition des Hypes laut dem deutschen Duden. Denn nach diesem gibt es neben der anfänglich erwähnten Definition noch eine weitere und zwar folgende. Aus Gründen der Publicity inszenierte Täuschung. Um Hype zu generieren, ist es wie schon oft besprochen wichtig eine gute Promotion zu haben. Das leichteste hierfür sind ganz klar tolle Trailers. Doch ein Trailer ergibt nur einen minimalen, meist kontextunabhängigen Ausschnitt der besten Szenen präsentiert da. Durch diesen ist es unmöglich herauszulesen, wie das fertige Produkt wird. Die Szenen, welche in diesen gezeigt werden, können nämlich von fertigen Produkten abweichen oder eine untergeordnete Rolle spielen. Um hier wieder auf The Last of Us 2 zurückzukommen, sehen wir oft in den Trailern Joel, der aber in der Geschichte nur kurze Auftritte hatte. Zuschauer haben sich hier auf eine Person gefreut, welche nicht im Vordergrund steht. Während dies noch verständlich ist, da ein Trailer auch nicht allzu viel verraten soll, haben wir noch den lustigeren Fall. Und zwar, wenn Trailer uns anlügen. Bekanntestes Beispiel ist Dead Island, welches einen so fantastischen Trailer hatte, der einen vorgekaut hat, man kaufe sich ein ernsthaftes, emotionales Zombie-Survival-Spiel. Alles aus dem Trailer war aber nur gerendert und hatte nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem fertigen Produkt zu tun. Dies ist die Definition von falschen Hype verbreiten, das M-Produkt mit dem gezeigten nichts zu tun hat. Eine ziemlich fiese Strategie, die aber aufgegangen ist, das Spiel hat sich sehr gut verkauft. Aber das ist leider weit verbreitet. Killzone 2 oder natürlich auch Watch Dogs haben eine viel bessere Grafik versprochen, als sie geliefert haben. Und Metal Gear Solid 2 hat mit Raiden dasselbe wie The Last of Us 2 mit Joel gemacht. Wie schon gesagt, ist es nicht schlimm ein wenig zu tricksen, aber wer das übertreibt, erhält schnell die Quittung. Die SS-Squid-Spiele machen das in meinen Augen immer sehr gut. Die haben zwar immer einen fetten CGI-Trailer, aber dieser zeigt immer nur ein übertriebenes Gameplay. Es sieht zwar schön aus, aber es lügt einen nicht an. Naja, außer es ist das Squid Unity, aber es ist das Squid Unity, oh, da will ich gar nicht drüber sprechen. Das war so. Ich habe vorher schon gemeint, dass man seine Erwartungen zurückschrauben sollte, da man so weniger enttäuscht werden kann. Deshalb ist mein abschließender Tipp, sich zwar auf Spiele zu freuen, aber nicht schon im Vorhinein zu sagen, dass Titel X das beste Spiel aller Zeiten ist und Titel Y und Z in den Boden stampfen wird. Ich kenne das ja selber und habe mich auch schon auf so viele Spiele gefreut und bin bitter enttäuscht worden. Auch Spiele wie Sasquid Unity, Texas Asteria oder Metal Gear Solid 5 habe ich mich so sehr gefreut. Und als diese meine Erwartungen nicht entsprochen haben, sind diese auf meine Schlechtliste gelandet. Dabei sind sie im schlimmsten Fall durchschnittlich. Andere Titel, wie Xenry Chronicles, Skyrim oder Control, was eigentlich nicht so gut ist, sind teilweise sogar gute Spiele. Aber nicht Control. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich meine, Remedy hätte viel besser das machen müssen. Aber ich habe so viel erwartet, dass auch wenn diese Spiele nur in meinen Augen okay waren, ich ernüchtert war. Deswegen lasst euch nicht zu sehr von dem Hype Train mitnehmen. Freut euch auf Spiele, aber lasst euch nicht zu sehr mitreißen. Wenn man diese objektiv betrachtet, sind diese meistens sogar besser, als man im ersten Moment erwartet. Wie gesagt, ich habe lange, lange Zeit Taste of the Starry Neck gemocht. Und so im Laufe der Jahre akzeptiere ich es. Assassin's Creed Unity, was damals als Assassin's Creed rausgekommen ist, eine Katastrophe war. Ich habe mal wieder reingeschaut und eigentlich, nachdem ein ganzer Fehler behoben wurde, ist es so mindestens ein gutes Assassin's Creed. Und was passiert, wenn man eine wenigere Erwartung hat? Sie sind leichter zu übertreffen. Man soll jetzt nicht immer super pessimistisch rumlaufen und sagen, alles ist schlecht und alles was rauskommt, das wird noch viel schlechter. Aber wenn man seine Vorfreude ein wenig zurückschraubt, kann man doch auch leichter Spaß haben. Mein finales Beispiel für dieses Video ist Digimon Cyber Slive. Davon habe ich mir wenig bis gar nichts versprochen. Ich habe eigentlich nichts mehr von dem Spiel angeschaut und dachte, es ist ein typisches Lizenzspiel, welches ich so schon abgestempelt habe und mir nur gekauft habe, weil es zu der Zeit weniger JRPGs gab. Was habe ich bekommen? Mit dem folgenden Spin-Off Hackers Malory über 200 Stunden Spielspaß, wo mir alles von der Story bis zum Gameplay so viel Spaß gemacht hat, dass ich nicht mehr aufhören wollte. Ich habe nicht viel erwartet und ich wurde so weggeblasen. Also, auch wenn es schwer ist und wie gesagt, ich weiß, dass es schwer ist, wenn morgen ein neues Tales angekündigt werde, dann kaufe ich mir die dickste Collectors Edition, die es gibt und bin gehypt und Ende. Oh mein Gott, Tales of Arise, es muss das beste Spiel aller Zeiten werden. Ich versuche es. Wieso versucht ihr es nicht auch? Einfach ein wenig objektiver an die Sache heranzugehen. Akzeptiert die Spiele als das, was sie sind und glaubt nicht, jede Marketing-Lüge. Bei mir ist es immer ein gutes Beispiel, Assassin's Creed. War wirklich der ultimative Assassin's Creed Fanboy. Haben wir jedes Spiel gekauft. Doch dann kam Unity und ich habe erst mal ein, zwei Spiele Pause gemacht und ganz ernsthaft, dann habe ich mir Origins gekauft. Es war in Ordnung, es war jetzt nicht super gut. Ich bin auch nicht mit so vielen Erwartungen reingekommen. Dann kam als nächstes Odyssey. Ich bin wieder nicht mit einer großen Erwartung reingekommen. Habe es ganz objektiv und nüchtern betrachtet und was ist herausgekommen? Eines der besten Assassin's Creed überhaupt. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht über Marketing-Lügen oder Fehler aufregen soll, aber dass man an die Sache ein wenig offener rangehen sollte. Denn wenn ich sage, ich mag mein Spiel für das, was es ist und nicht für das, was es hätte werden sollen, habe ich als Spieler im Endeffekt gewonnen, da ich mehr Spielspaß aus meinem Spiel rausbekomme. So liebe Leute, das war mein kleines Video zum Thema Hype im Videospielen. Ich bin auch so ein Infizierter und ich lasse mich doch auch hin und wieder mal gerne hypen. Wie gesagt, Tales of Horizon. Das muss so gut werden. Aber ich bin da auch inzwischen ein wenig besser geworden. Während ich spiele wirklich auch früher einfach nur gesagt habe, der Name, der Verkaufs, der Trailer, der Verkaufs, gehe ich inzwischen ein bisschen objektiver ran. Ich werde immer allzu sehr von Spielen enttäuscht und auch The Last of Us 2, was jetzt alle Spiele als furchtbar abstempeln, hat seine sehr negativen Momente, aber ich sage jetzt mal, es ist immer noch ein gutes Spiel. Deswegen versucht einfach, ein wenig objektiver ran zu gehen. Ich weiß, es ist schwer, ich weiß es doch so sehr, aber im Endeffekt gewinnen wir dabei alle. Naja, was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, wie steht ihr zum Thema Hype? Lasst ihr euch von Trailern auch so hypen? Feiert ihr da, wenn da der neueste Trailer zu einem Lieblingsspiel rauskommt? Oder seid ihr, die einfach nur sagen, wenn es rauskommt und es gute Wertung hat, dann warte ich ja ja und für ein Zwanni nehme ich es mit. Schreibt es doch gerne in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Vergesst nicht, mir unter Twitter zu folgen und da atmcmuffics und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem kommenden Video. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.